So und da kommen wir dann auch auf dem Ei. Da sind wir nämlich wieder bei Spawn. Irgendwie haben wir gerade kein Ton. Ah, ich musste noch eben da draufklicken. Schon mal bessere Flügel. Aber wir brauchen mehr DNA-Punkte. Ich glaube, ich hol mir erstmal ein paar Leute aus meinem... Also aus meinem Team hier. Wenn man das Team nennen kann. Oder besser gesagt, ich hol Leute in mein Team. Und jetzt können wir hier die Welt ins Chaos stürzen. Besonders die Viecher können wir besiegen. Ach, das stirbt doch schon gar nicht. Was sind das denn für welche, die da gerade angucken? Und du trägst jetzt schon wieder. Da kriegst du ja extrem kleinen Albtraum bei so einem Gesicht. Alphabosli. Was kann man denn hier? Blind Ozi? Dann machen wir den mal kalt. Helfen wir den Go-Mali hier. Ne, wir tun euch nichts. Wir suchen nur DNA-Punkte. Ja, wir suchen nur DNA-Punkte. Ja, ja. Voller Name. Was war das denn? Wir haben nur so viel. Wir haben nur so viel. Wie, die abgehen hier. Helfen wir unseren Boll. Fressen wir uns erst mal satt. Ich hab das Gefühl, dass wir vier schneller hundert kriegen. Der ist aber groß. Wir haben nur die nicht schon mal gesehen. Jetzt, äh, eigentlich genug DNA-Punkte, aber ich hol mal ein paar mehr. Von diesen hässlichen Viechern. Oh, ich hab sie da. Oh, oh, oh! Oh, oh! den kärn mit alpha konnten wir jetzt nicht fehlen dann lassen wir uns mal hochkatapultieren was sind das denn für vieh hier ne egal wie ich mich an raumschiff der verschreckt wieder alle die viecher dahinten springen hallo interessieren sich nicht nur für mich wenn ich die angreife du stirbst auch noch was essen hat der kärz und stoff wechseln die wundersicht los ist und ich fähre mal den hier mal da rein und zurück zu unserem nest damit wir uns aufbessern können den mann eigentlich jetzt mal irgendwie nicht das ist voll das sprinten wisst ihr da gehe ich voll bei ab ich habe das eben statt dietricher diktatur gelesen jetzt können wir die füße anlegen ich glaube ich tue die neuen flügel jetzt dran wie gibt der wenn ich den abtue jetzt so dann will ich auch nichts weiter verbessern im moment erst nachher also in der nächsten phase kommt am meisten jetzt raus boah die wollen schon weiter alles mit dem weiter und so okay dann holen wir uns dafür auch nochmal dns punkte jage vier schneckibub jage die doch selber ich wollte gerade sagen gut das ist nur so ein see und da kommt dann das viecht da hoch das kommt eigentlich immer nur im meer hoch wenn so tiefes wasser drin ist warum wird der ton leise egal was seid ihr ihr seid zum sterben verurteilt die neue band mit kind so ich muss dann hier beenden ihr seht mich in der nächsten folge wieder auf oder ewig schau dann und dann dann